FPÖ-TV aktuell. Wir zeigen, was andere verschweigen. Patriotisch, direkt und ohne Zensur. FPÖ-TV aktuell. Große Spannung vor den Landtagswahlen am Sonntag in der Steiermark. Sie bildet den Abschluss des österreichischen Superwahljahres. Die Entscheidung auf Landesebene wird natürlich auch bundesweit beobachtet. Über die aktuelle Lage im viertgrößten Bundesland weiß unser Spitzenkandidat und Landesparteiobmann Mario Kunasek mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FPÖ-TV aktuell. Und auch herzlich willkommen auch an dich, lieber Mario, hier bei uns im Studio. Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Ja, auf Social Media sieht man ja, du bist ja irrsinnig viel unterwegs. Wie ist die aktuelle Situation in der Steiermark? Wie geht es den Menschen dort? Naja, sie ist ähnlich wie in anderen Bundesländern. Die Teuerung ist ein Thema, die Massenmigration ist ein Thema, die Bildung ist ein Thema, natürlich auch die Auswirkungen der Migration im Bildungsbereich und natürlich auch, so wie alle anderen Bereiche in Österreich auch, der Wunsch nach Veränderung, der auch hier ist. In der Steiermark vielleicht noch deutlicher spürbar. Man hat ja gesehen bei den letzten Wahlen, wir waren sehr gut unterwegs. Die Stimmung für uns ist gut, aber natürlich in weiten Teilen der Bevölkerung eher schlecht. Auch die Unternehmen klagen natürlich über zu viel Bürokratie, über den Schwund an Aufträgen und vieles mehr. Also da gibt es dann viel zu tun, auch in der nächsten Regierung. Welche Politik wurden die letzten Jahre dort betrieben? Was lief deiner Meinung nach falsch? Ich glaube diese alten verkrusteten Systeme, natürlich Rot-Schwarz-Schwarz-Rot über viele Jahrzehnte. Man darf nicht vergessen, die ÖVP ist seit 80 Jahren in der Landesregierung. Von diesen 80 Jahren stellt sie 70 Jahre lang den Landeshauptmann. Also da ist Stillstand eingetreten natürlich auch und da geht es mehr um Posten, da geht es um die Kammern, da geht es um sich selbst und wenig um die Politik für die Menschen und genau das ist das, was wir Freiheitliche auch immer wieder gesagt haben. Und mit einem entsprechenden Wählervotum dann am 24. hoffentlich auch entsprechend korrigieren werden. Der aktuelle steirische Landeshauptmann Christopher Drexler kommt momentan nicht so gut bei der Bevölkerung an. Das widerspiegelt sich bei den aktuellen Umfragen. Ja, also das ist etwas, was uns viele Menschen auch sagen. Der Landeshauptmann hat ja übernommen von Hermann Schützenhöfer in der laufenden Periode. Ja, er ist vielleicht nicht der volksnahe, bürgernahe Mensch und das spürt man und merkt man natürlich auch. Und ich sage schon, ein Landeshauptmann muss natürlich Politik machen, keine Frage, aber er muss auch bei den Menschen sein. Und genau das, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren wirklich auch vorgezeigt. Wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man nicht Politik machen kann, ohne das Ohr beim Bürger zu haben. Und sollte ich Landeshauptmann werden und das Ziel ist ja da, dann glaube ich schon, dass man das auch tun muss und auch soll und auch gerne tun muss. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Dreckslokunasik, ich bin gern bei den Leuten draußen, ich bin gern unterwegs. Manchmal auch zu lange vielleicht, würde meine Frau sagen, aber ohne dem geht es halt leider nicht. Ja, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was ist dein Wahlziel und wie sieht dein Wahlprogramm aus? Ja, wir haben uns ein gutes Wahlprogramm zurechtgelegt mit 33 Kapiteln, also etwas, wo die anderen nur in Überschriften bleiben, sind wir sehr konkret. Das heißt, wir wollen zum einen mehr Gerechtigkeit für die Steirer sicherstellen, Stichwort Sozialunterstützung für Asylanten. Wir haben hier errechnet und auch bei Anfragebeantwortungen erfahren, dass es möglich ist, mit drei Kindern, also Asylantenfamilien noch nie einen Euro eingezahlt im System bis zu 3.360 Euro netto zu bekommen. Das ist schon auch gegenüber den hart arbeitenden Menschen in unserem Land unfair. Also da soll man Familie mal zeigen, wie das geht, wenn der Papa arbeiten, wenn die Mama vielleicht irgendwo geringfügig ist, wo man die Kinder betreuen muss, vielleicht zwei Autos braucht und vieles mehr. Dann gibt es hier Ungerechtigkeiten und die wollen wir entsprechend auch abstellen. Ja, und sonst natürlich das große Thema der Migration insgesamt, des Islamismus. Die Steiermark ist leider ein solcher Bereich, ein Hotspot auch des Islamismus und da sind eben 33 Kapitel breit gefächert, von der Arbeitsmarktpolitik bis zur Umwelt, wo wir auch Antworten haben. Ja, und das Ziel hätte man vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass ich das einmal sagen werde, ist natürlich der erste Platz. Ich hoffe mit einem ordentlichen Abstand. Wenn das nicht gelingt, dann befürchte ich nämlich, dass sich schwarz und rot wieder einhängen wird, vielleicht sogar ähnlich wie auf Bundesweine bei einem Dritten. Und das gilt es zu verhindern. Also wir sind eigentlich der stabile Faktor auch in dieser Landespolitik und das möchte man dann am 24. noch ins Ziel bringen. Die steirische FPÖ richtete eine dringliche Anfrage in Sachen Leitspital Lietzen. Du hast gesagt, das geplante Leitspital in Lietzen steht symbolisch für den Wahnsinn im Gesundheitsbereich. Was meinst du damit? Naja, für die Zuseher vielleicht, die nicht in der Steiermark daheim sind und auch nicht in Lietzen. Wir haben dort eine schon lang andauernde Diskussion über ein neues Krankenhaus, nämlich mittlerweile seit über sechs Jahren, sieben Jahren, wo man eben drei Krankenhäuser schließen möchte, nämlich Rottenmann, Bautersee und Schladming in einem Bezirk, der so groß ist wie Vorarlberg, mit sehr speziellen geografischen Verhältnissen, mit sehr speziellen Wetterbedingungen auch im Winter. Und dieses Leitspital ist der große Wunsch der ÖVP. Und dieses Leitspital, das neue, das dort entstehen soll, kostet, da gibt es unterschiedliche Berechnungen, zwischen 400, 500, vielleicht sogar 700 Millionen Euro. Die Nachnutzung der anderen drei Häuser ist mehr oder weniger unklar. Und wir Freiheitliche haben uns die Entscheidung nicht gleich gemacht, aber beim Abwägen der Pro und Kontrast kommt man dann relativ schnell darauf, dass man nur gegen diese Pläne sein kann. Dass wir sagen, wir wollen, so wie die Bevölkerung auch, weite Teile der Bevölkerung, Rottenmann als Leitspital etablieren und die anderen beiden Häuser spezialisieren. Und warum ist es so wichtig? Weil wir hier befürchten, und das ist auch der Plan, dass dieses Leitspital Lietzen nur die Blaupause für andere Bereiche in der Steiermark sein könnte und auch wird. Das heißt, eine Zentralisierung stattfindet. Das heißt, in einem Flächenbundesland wie der Steiermark eine Ausdünnung der Versorgung, vor allem auch der Akutversorgung. Und da sind wir strikt dagegen. Wir wissen auch, nicht jedes Krankenhaus darf und muss alles können, aber es braucht eine flächendeckende Versorgung in diesem Bereich und die fehlt uns in Lietzen. Und leider wahrscheinlich, wenn es nach den Plänen der ÖVP geht, dann auch bald Steiermark. Genau, ich wollte gerade sagen, auch leider wahrscheinlich bundesweit. Ja, die aktuelle Situation im Bund mit der Nichtbeauftragung der FPÖ, mit der Regierungsbildung, käme den Freiheitlichen ja auch in der Steiermark wahrscheinlich zugute. Welche Auswirkungen könnte die Landtagswahl in der Bundespolitik haben? Ja, zunächst einmal bin ich da sehr vorsichtig mit der Analyse, weil die Entscheidung des Bundespräsidenten, dem Herbert Kickl und der FPÖ als stimmenstärkste Partei, nicht den Auftrag zu geben. Natürlich ein, ja, nehmen wir es einmal Turbo für die eigenen Funktionäre war in der Steiermark, aber bei vielen Wählern natürlich irgendwann Frustration schon eingetreten ist. Nach dem Motto, man kann eh wählen, was man will, es kommt dann eh ganz anders. Also das ist schon etwas, wo man sagen muss, wenn jemand Veränderung möchte in der Steiermark, dann muss er am 24. Nacht zur Wahl gehen und die Freiheitliche Partei wählen. Aber was können wir tun? Ich glaube, bei einem sehr guten Erfolg der Freiheitlichen Partei bleibt auch bundespolitisch das eine oder andere, oder wird anders werden. Warum? Weil Diskussionen entfachen werden. Also wir werden dann erleben, dass eine ÖVP verliert, eine SPÖ verliert. Also die Verlierer auf Bundesebene werden dann abgebildet, auch in der Steiermark. Und ich glaube schon, da wird ein Ruck auch durch die Bundespolitik gehen, wie sich der dann konkret abbildet, werden wir dann sehen. Aber wenn man diesen Ruck möchte, auch auf Bundesebene, auch dann muss man die Freiheitliche Partei in der Steiermark wählen, sonst wird nichts passieren. Wir sind natürlich alle gespannt und auch eine persönliche Frage, wie wirst du den Wahlsonntag verbringen? Eigentlich so wie immer. Also ich werde mich einmal ausschlafen. Ich glaube, das ist auch einmal erlaubt, nach einem durchaus langen Wahljahr kann man ja sagen. Dann werde ich zur Wahlurne schreiten um etwa 12 Uhr. Die ersten Medienhandfragen gibt es dann eh schon, dann gibt es die berühmten Fotos. Dann werde ich mit meiner Familie Mittagessen und dann werde ich mir im Büro die ersten Hochrechnungen anschauen und dann hoffentlich mit euch gemeinsam feiern. Wir sind natürlich gespannt, ob es am Sonntag den blauen politischen Beben geben wird. Lieber Mario, herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Studio und wir wünschen dir natürlich Toi Toi Toi. Ein großes Danke. FPÖ-TV aktuell. Wir zeigen, was andere verschweigen. Patriotisch, direkt und ohne Zensur. FPÖ-TV aktuell.